Früher hat es ein ungeschriebenes Gesetz gegeben, dass nach dem 15. August, nach dem Frauentag, nach dem hohen Feiertag, da haben die Leute, die wirklich arm gewesen sind, die nichts gehabt haben, nicht einmal ein Gäse, die durften betteln gehen. Und von dem Betten, den ich euch erzähle, der hat sich der reichste Bauer in dieser Gegend ausgesucht. Nämlich da oben am Christberg. Und wenn er zu dem Bauer kommt und noch staunet, weil der so ein großes Haus hat, so einen großen Stall, da ist er sich sicher, dass er da, siehst du, eh gut die Fässle, sicher vollgekriegt mit Butterschmalz, damit er über den Winter gut gekochen hat. Und wir haben ihn gelockt und die Tür aufgeht und der Bauer rauskommt. Und? Was störst du mich? Bitte? Also, stören habe ich jetzt nicht wollen, aber... Dann würdest du nicht da das volle mit Butterschmalz machen, weil dann hätte ich über den Winter einen guten Brösel und braten Erdöpfel und da hätte mal satt werden. Was? Ich habe ihn selber nicht genug, aber gib Haare an, wenn der Mensch... Und da geht der Bauer und füllt das voller mit Mist und obendrauf schmörbt er noch Butterschmalz, damit er es nicht merken soll. Und er hat noch ein bisschen Grinsen im Gesicht. Da, mir kann ich dir wirklich nicht gehen. Der Bettler, der hat das geröchert. Also, da, Dankeschönsägen, tue ich dir für das nicht. Aber ich wüsste noch einen schönen Tag. Das Fässle schüttet er raus. Und geht wieder zurück, stellt sich vor das große, stadtliche Bauerhaus. So, du vermahle dich ein Bauer. Für das, für den Frösel, da tue ich dich verfluchen. Es soll alles, was du hast, in der Erde versiegen können. Ahi mit dem. Und da hat es angefangen, rollen und rumpeln, knistern und knacken, bürgen und brechen, toben und tosen. Und bald drauf ist der Bauernhof versunken in der Erde. Und drüber, an den Sumpf, den wir jetzt anschauen können, der jetzt das höchstgelegendste Hochmoor Europas ist. Das Wild riecht, da oben am Christberg. Ich weiss nicht, ob früher noch die Sonne viel dort geschaut hat. Jetzt tut sie das. Und man sieht, wie das Wasser glitzkelt. Und viel seltenes Getier und Pflanzen wachsen dort. An dieser Stelle, wo die Sage erzählt wird. Von Wild riecht. Heiland. Wolyn riecht. Ich weiss nicht. Wie geht's. Ich swebe wirklich, disse. suckfeuye brochkan und sellem,